Mmmmm, Mettle-Leute, heute möchte ich mal drüber reden, warum zum Fickbitch jeder über Handys. So, es ist so ein fucking sinnloses fucking nochmal hin und her. So, es gibt halt auf der einen Seite die fucking nochmal Apple Boys, die halt sagen, hey, wir haben so ein geschlossenes System. Bei uns ist es minimal schwerer, Virennutzung zu installieren und die haben halt auch so fucking nochmal alles, was sie halt für den normalen Casual-Nutzer brauchen. Und auf der anderen Seite sind halt irgendwie ein paar Android-Boys, die halt sagen, ja, aber wir haben APKs, wir sind freier, weil wir haben ja Möglichkeiten, was wir mit unserem Handy machen können. Und das Problem ist halt, so beide Seiten haben halt so ihre paar Vorteile, aber am Ende ist es doch eigentlich scheißegal. Auf beiden Sachen läuft ein Twitter und Instagram und was weiß ich, Facebook für die sehr alten Leute. So, es ist doch am Ende scheißegal, was du nutzt, solange du daraus, ach, ich liebe dich, Handy, solange du daraus irgendwie fucking nochmal deinen Nutzen ziehen kannst. Es ist scheißegal, ob da jetzt ein Apfel oder ein Samsung-Logo oder was weiß ich drauf ist. Es ist am Ende alles ungefähr das Gleiche. Und solange du damit zufrieden bist, was das Handy dir liefert, ist es scheißegal, von welchem Hersteller das ist. Es kann irgendein Otto, Xiaomi, Samsung, Apple oder was auch immer sein. Es ist doch scheißegal. Für den Normalo-Nutzer ist es doch sowieso fucking irrelevant, ob da jetzt APKs drauflaufen oder so. Naja, danke, dass ihr meinem kleinen Rant oder so zugehört habt. Ja, ne, denk dran, du bist cool. Ähm, ne. Dir, denk dran, bleib toxisch. So und so. Deabonnier mich, dislike mich. Endbar mit die Glocke und jetzt RULE VOLFOSEN VORENZER DING. Ja, na, na, na.